Was schön im Schaumbad? Nein, nicht so richtig. Ach, das ist ja zu schade. Also ich hab hier gerade einen Riesenspaß gehabt. Vielleicht setz ich noch einen drauf und schrubbt eine Wanne. Das ist mal wieder tiefe Spaß. Der Bursche denkt immer nur an sich. Hey, laber Maggie nicht die Ohren voll mit so einem Quatsch. Die ist sowieso auf meiner Seite. Ist sie nicht. Ist sie doch. Ist sie nicht. Ist sie doch. Ist sie nicht. Ist sie doch. Pass mal auf, ich werd's dir zeigen. Maggie, jetzt komm mal zu dem, den du am liebsten hast. Nein, Maggie, hier Herr Kleines, komm zu mir. Hey, sieh mal, Maggie, ich hab da was zu sehen. Nein, Maggie, lass dich nicht damit ködern. Entscheide dich für das Echte. Ach, schön, Maggie, geh nur zu Bad rüber. Genau, geh dahin, wo du am liebsten bist. Ah, niemals. Hey, was streitet ihr euch denn? Wir streiten uns nur, wer von uns dich lieber hat. Ach, tatsächlich? Ach, dann mach mal weiter. Du liebst ihn mehr. Nein, du mehr. Tu ich nicht. Du bist die Gart. Tu ich nicht. Schluss, wenn ihr nicht sofort damit aufhört, könnt ihr was erleben. Aber wie war die Geburtstagsparty im Büro? Oh, es war ganz prima. Der Zuckerguss auf der Torte war so dick. Und Eugene Fisk, mein arme Schwein von Assistent, dachte, wir hätten eine Alkoholfreibohle gemacht. Und er hat sich vollkommen lächerlich gemacht, als er versucht hat, die neue aus der Ventilfartung anzupackern. Mag sie ihn denn überhaupt? Halt die Augen auf den Marsch. Ich glaube, das arme Ding fliegt ganz schön auf deinen Liebsten. Immer. Damit du weißt, was man dir hast. Oh, 239 Pfund. Ich bin ein Fettsack. Warum sind die guten Sachen bloß so lecker? Ab heute heißt es jeden Morgen Gymnastik. Du bist doch kein Fettsack, Huma. Du bist mein großer, knuddeliger Teddybär. Überanstreng dich bloß nicht, Schätzchen. Du hast recht, Marsch. Übrigens gehe ich Freitagabend zu einer kleinen Feier mit den Arbeitskollegen. Eugene Fisk heiratet zu einem Mädchen aus der Ventilfart. Huma? Ist das vielleicht so eine Art Herrenarbeit? Nein, nee, Marsch, das ist eine piekfeine Sache. Sowas mit Tee und Gebäck. Rohe! Wir sehen uns beim nächsten Mal.